Ich hole 7 und 6, 266, der Sturmikon, 6, 3, 0, Okay. Next, malよね! Okay! Okay! Das ist alles! Wow! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt nicht! Wir sind hier, Herr Röck. Wir sind vor. Vor, vor, Herr. Damit ist der TSV Bad Königshofen Meister der 2. Bundesliga und spielt nächste Saison in der 1. Bundesliga. Viel Erfolg Kilian Ort und Co.